BUM! BUM! Es war so spät. Egal. Hallo! Man hat es tatsächlich ein bisschen vermisst, ne? Ein ganz kleines bisschen. Gut. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ach du Scheiße. Nein, funktioniert es nicht. Wann war unser letztes Mario Together? Vor über anderthalb Jahren, oder? Ja, das war SNB3, glaub ich, oder? Oder war es irgendein Mario Kart? Ne, das war SNB3, oder? Ja. Ne, ne, das war SNB3. Ja. Als Let's Play auf jeden Fall. Egal. Willkommen zu Mario World mit Benni, wie man hören kann. Wie man leider vielleicht hören kann. So, Two-Player-Game. Da hab ich mich extra jetzt mental drauf vorbereitet. Ich wollte gerade durchklicken. Krass. Das hab ich, glaub ich, bei mir im Let's Play hab ich das ganz klein gemacht. Einfach durchgeklickt. Wir haben das Spiel schon mal vor Ewigkeiten bei ihr auf dem Kanal gespielt. Das ist auch ewig her. Ja. Und deswegen machen wir's nur auf meinem Kanal. Weil ich das Spiel ja eh schon seit Ewigkeiten mal spielen möchte, aber bisher noch nicht gemacht habe. Und deswegen machen wir das jetzt. Zusammen. Es ist zweieinhalb Jahre her. Ja. Ja. Das muss man sich mal bewusst machen. Ich weiß noch, dass damals die Videos bei mir nicht laufen wollten. Ja. Dass die einfach gesprengt haben. Oh mein Gott, das leckt auch gar nicht bei mir grad so. Leckt nicht? Soll ich gleich mal die Latenz hochstellen? Kannst du machen. Okay. Jetzt sehen wir unsere geistigen Ergüste. Ach du Kacke. Ja. Das fände ich aus. Alter. Ich hatte... Das Problem ist jetzt, dass es halt alles ein bisschen verzögert. Ich hatte einen komplett brennenden Piepton grad im Hintergrund gehabt. Aber das ist jetzt immer weg. Ja. Das ist... Das ist nett. Play, liebe Leute. Das ist einfach nett. Nein. Wir sitzen grad nebeneinander und spielen das hier. Hallo Benni. Ich fasse ihn grad an. Okay. Was? Ah. Er schlägt mich gerade. Ah. Ich hab mich gerade selber in die Fresse gehauen. Ah. Du kannst das Spiel echt gut. Er ist verzögert. Ja. Duck dich. Danke. Das ist verzögert. Ah. Du bist auch verzögert. Eine Latenz von 2 ist schon zu grausam für mich. Au. Dann stell wieder auf 1. Das ist mir egal. Nee. Ich hab keinen Bock mehr. Oh. Es brennt alles. Ich mach mal gleich. Diese Hintergrundkulisse. Hä? Was ist? Da sind grad komplett die Sounds gebackt und explodiert. 40 Punkte für mich. Bum. 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 Was soll ich mal kurz die Latenz wieder auf 1 stellen? Warum kommt einfach nur Movie Processing wenn ich auf den Knopf drücke? Weil du brennst. Weil kann ich spielen? Kann ich bitte nicht brennen? Jetzt. Das ist immer levelweise. Okay. Äh. Dann brenne ich mal. Ich bin mal gespannt wie das bei mir jetzt brennt. Deine Ansicht. Okay. Die Steuerung ist sehr genau bisher. Du siehst auch bei mir sehr genau aus. Wundervoll. Okay. Es ist ein ganz ganz kleines bisschen verzögert. Kommt mir zumindest so vor. Aber das ist okay. Ich kann dir verraten das ist von SMW die Verzögerung einfach. Oh. Geil. Das ist relativ normal tatsächlich. Ich liebe SMW. Nicht. Ähm. Aber wir haben auch ne Latenz von 1 und nicht von 0. Oh Gott stopp. Du hast bei mir die Beere geglitscht. Geil. Die ist einfach an dem Busch runter geruppelt. Ich kann übrigens SMW nicht wirklich gut. Also. Wer jetzt hier irgendwie ein Hardcore Fan das schaut und sich dann denkt. Oh Gott was tut der Junge da. Ich kann dieses Spiel by the way nicht. Das Problem ist. Ich werde mir wahrscheinlich einfach irgendwo die Läden abfarmen oder so. Und dir dann einfach immer welche geben. Ich hab grad die erotischste Soundkulisse aller Zeit. Das hab ich halt auch die ganze Zeit gehabt. Können wir uns mal darüber reden, dass Luigi einfach aussieht wie Mario in grün. Also komplett wie Mario in grün. Nicht irgendwie. Wie. Ein bisschen größer oder so. Wie man es halt gewohnt ist. Einfach komplett Mario in grün. Oh. Der wunderschöne Sound. Das ist meine größte Punkte jetzt knappen. Nein. Mach ich aber nicht. Einfach. Nö. Bip. 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 Bip,普. War schon guck, man hat das eigentlichestolemsisch. Wir müssen es immer am Levelende Bum machen. Sonst explodiert China. Das war el just again aber auf jeden Fall. Ich, ich mächt's schon. Oh ich hätte eigentlich, eigentlich hätte ich in diesem Level mit Yoshi reingehen müssen. Wieso brennt das? Dann kann ich den P-Switch immer wieder duplizieren Da holt er sich die extra Leben Schaffe ich den P-Switch? Was wolltest du machen? Ich wollte wieder vom P-Switch abspringen Der Turmock hat gar nicht doppelt Echt nicht? Ne Und da sprengen die gelben Glöcke Wir sarven Sarven Ich sarven dich gleich mal Kannst du mich nicht sarven bitte Das ist echt freundlich Die erste Welt Die erste Welt für SMB Habe ich so oft In meinem scheiß Leben gespielt Ich hör einfach nur biiiiisch Beim B-B-Bam Da muss ich jetzt für Bennie Die gute Soundkulisse machen Oh Gott Was tue ich? Sterben Ich kann das nicht No death run confirmed Ja, du vielleicht. Weißt du, was ich jetzt einfach mal mache? Weißt du, was ich jetzt mache? Wie geht das nochmal so? Bist du eklig? Ich brauche mein Leben nicht. Okay. Und gleich stirbt doch das Game Over. Das wäre jetzt so gut. Ich würde so sein Lachen. Ich weiß auch nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß es einfach nicht. Das waren die dümmsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben getan habe. Und du hast schon viele dumme Dinge getan. Ja, zum Beispiel mit dir Kontakt aufgenommen. Oh, der Yoshi Sound gerade. Alles explodierte einfach. In sich. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, wo die ganzen Secret Exists und sowas sind. Deswegen habe ich Benni auch dabei, by the way. Ich wollte ja ursprünglich alleine spielen, aber... Ich habe das Spiel halt studiert. Oh, das ist geil. Muss man halt auch mal dazu sagen. Ich weiß nicht, wie viele Lebstunden ich mit meinem... mit diesem Spiel verbracht habe, als ich kleiner war. Drei. Kann ich nicht nur drei Stunden bitte mit diesem Spiel verbracht haben? Das Spiel hat mich dritten. 23. Weißt du, was noch viel lustiger ist als 23? 30. 30. Bumm. Bumm, stimmt. Bumm, 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 Bumm. Wir haben noch... Wir haben noch... Wir haben noch... Was? Boah... Hast du gerade vorgebummt gesagt? Ja, ich habe schon mal vorgebummt für den nächsten Level. Kannst du noch nicht vorgebummt haben? Hol dir mal in dem Level ein verstecktes Leben am Anfang. Wo ist das? Tod. Das ist auf der Plattform, die du da nur im Hintergrund siehst. Die endet oben und dann kannst du da von links nach rechts laufen und dann leben. Ach, egal. Ist mir egal. Das sind auch die Fakten, die man nur weiß, wenn man sich schon mal diese Level-Maps angeguckt hat. Äh, was? Hier kann man rein? Ach, das ist der Bereich. Hi. Wie kann man mal Spinjumpen? So kann man Spinjumpen. Wie Marvin schon sagt, der ist ja gut in dem Spiel. Nein, ich bin dumm. Den Pilz... Du standst bei meiner Sicht halt mit der Mütze im Pilz. Das war geil. Alter, ich kann dieses Spiel nicht. Ich merk schon. Ich muss mit dem Steuerkreuz spielen. So, weil du es ja nicht zeigst. Jetzt ist das Leben gespawnt, aber es kommt nicht runter. Auch gut. Ich weiß, by the way, voll viele versteckte One-Ups in SMB1, weil ich das Spiel studiert habe. Was? Das in 1-1, das ist ja wohl... Da gibt es einige in 1-1 und so. Echt? Ja. Uh! Auch im späteren Level, wo man irgendwelche Gegner-Konstellation mit Koopas umbringen muss und so. Ich kenn da einiges. Geht mal Konstellation Nutz. Ach so meinst du. SMB1 habe ich halt schon sehr oft mein Leben durchgespielt. Aber ich bin glaube ich ein bisschen eingerostet. Ich müsste es mal im Stream irgendwie spielen. Du bist eingerostet, wenigstens deutet das auf keinen Eisenmangel hin. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das war 2016 noch gar nicht der Fall, dass ich sowas gemacht habe, oder? Ja. Das kennt man aus den Male- Die, 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 die. Weißt du, du hast so zwei Wege. Nach unten zwischen Koopas durch manövrieren oder nach oben einfach chillig. Was? Was? Wir haben bei mir zeitgleich was gesagt. Jürgen. Mann, ich kann dieses Spiel nicht. Aber wieso bin ich jetzt gestorben? Was ist das? Ich weiß es nicht. Du bist bei mir gestorben, obwohl du auf den Koopa draufgesprungen bist. Ja, bin ich bei mir auch! War das nicht heiß? Ich dachte, da oben wäre ein Pilz drin, deswegen wollte ich die Blöcke aufmachen. Das war lecker. Ey, das ist doch anstrengend. Alles ist anstrengend, wenn man es mit mir macht. Das ist voll. Mann, ich wollte in diesem Schloss voll cool sein und einfach alles spielen und du machst das jetzt, weil ich dumm bin. Sollen wir gleich mal die Latenz auf zwei hochdrehen? Wieso? Weiß ich nicht. Nein. Alles bleibt, wie es ist. Das bleibt alles. Oh, wie es hier ist. Wie es hier ist. Da wird sich hier... Haha, nichts dran rücken. Der hätte dich fast umgebracht. Ne, der hätte mich nur klein gemacht. Die... Äh, meine ich ja. Die... Die... Alter! Was ist jetzt kaputt? Das ist bei mir abgestürzt. Tessnas extra funktioniert nicht mehr. Bei mir hängt das Bild einfach. Sehr gut! Ja, bei mir hat sich der Sound aufgehangen und dann war es weg. Wir fixen mal kurz technische Probleme, würde ich sagen. Ja, aber wäre ganz gut. Und da sind wir wieder. Wir mussten Kant nochmal das nachspielen. Ich bin... Äh... Ich hab... Ich bin diesmal nicht gestorben. Aber Benni dafür einmal. Aber das zählt er jetzt nicht, weil ihr es nicht gesehen habt. Aber er ist wirklich gestorben. Ja, ich bin... Ich war ein schlechter Spieler. Diesmal habe ich auch... Äh... Drei Level beendet. Also einmal den... 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 Den Scheiter. Das erste Level. Und das von grad eben. Und... Ich hol mir jetzt ein Leben. Ich sehe es jetzt nämlich nicht mehr ein. Du hast mir auch... Alle gegeben. Ja. Deswegen. Und jetzt machen wir hier im Castle weiter. Wie er voll die... 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 Die Skills Kanton so verleben wollen. Aha. Ich glaube ich könnte jetzt sogar noch auf die Rückseite. Aber das ist mir jetzt doof, oder? Den kriege ich aber. Dim. Dim. Ah, das brennt. Das leckt gar nicht. Das meinte ich mit brennt. Hä? Ach, jetzt bin ich wieder auf der Vorderseite. Das ist doch... Okay. Kann ich mit leben. Für die Leben. Genau. Braucht keiner. Braucht keiner sieben. Deee... Deee... Das SMW-Cars-Team ist so geil. Das ist grad gar nicht asynchron zu mir. Nein, das ist bei dir auch nie, wenn... Du so... Ich weiß nicht, ob ich jetzt Treffer kriege, wenn ich springe. Bim, bim, bim. Aha. Boah, die schiefe Sounds. Na, brennt's doch mal? Ja. Cool. Bei mir ist aber der Hintergrund nicht kaputt diesmal. So. Mal gucken, ob schluss mal funktioniert. Es müsste. Ja. Ja. Na endlich. Wie dumm das einfach ist. Ja. Wir hatten ein paar explosive Einstellungen an unserem Super Nintendo. Wollen wir mal... Ich musste einen Haken rausnehmen. Das war's. Ja. Bei den... Bei den Grafikeinstellungen des Super Nintendo. Genau. Wir haben so das grade aufgeschraubt und ein paar Transistoren ausgetauscht. Ja. Genau. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Lauf man uns. Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir nach einigen Failversuchen in die zweite Welt. Wir haben auch grade... Also ich hab so ein Stromverlängerungskabel durch halb Deutschland gezogen. Um halt mit ihm äh... Spielen zu können. Genau. Die Stromkosten bezahl ich von meinem YouTube-Money ab. So. Jetzt bin ich wieder klein. Weil wir... Nochmal... Was neu spielen mussten. Deswegen... Aber du kriegst ja... Ja wenn ich... Oh Gott! Wenn ich nicht dumm bin. Das... Die Steuerung laggt. Die Steuerung lagts. Bennys lagts. Pass auf. Ich... Ich mach erst mal ein Self-State bevor ich hier irgendwas einstelle. Wo? Du dürftest weniger laggen hoffe ich. Mann... Ich will das Level spielen. Alter! Die Sounds! Warum? Die sind erotisch. Kannst du den Secret Exit holen? Ich hab keine Lust den zu holen. Der ist doch weniger einfach. Pass mal auf. Ich weiß. Ich bin zu faul den zu holen. Früher wusste ich nie wie man da Fehler fliegt. Weil ich dafür so dumm war. Ich muss mich konzentraten. Weil ich nicht ob... Konstrukt kommt. Yo! Nein! Das meine ich. Oh was tust du? Nicht gut spielen. Ah! Na gut sage ich und skille hier. Ja so hätte ich's auch gemacht. das war der prank mit joshik kann man da auch hoch dass man abspringen ja genau so so hat diesmal gemacht früher gut erneut diesmal warte ich hier ganz vorsichtig und ich kann dieses spiel einfach nicht ich kann es einfach nicht jetzt muss ich den leuten den level ja normal zeigen was soll das denn eigentlich wäre ich jetzt einfach noch mal drüber geflogen ich schwöre euch ich kann es besser wenn es nicht mit dieser dummen lecksteuerung ist ja das geht mir aber auch so das ist das game das das kann ich euch dann irgendwann beweisen das wusste ich mal auswendig ja ich habe immer diesen trick hier angewandt war immer daneben dass das das kann ich euch dann mal beweisen wenn ich irgendwann meinen smw hack oder sowas spiele und dann da voll gut bin das war die passage genau da wusste ich früher nie was man machen soll weil ich so dumm war diesen links zu machen was tust du so blöd ich bin aus versehen von meiner renntaste runtergegangen so voll cool zum üben die passage die ist halt wirklich ziemlich und wenn man da jetzt noch mal reingehen würde würde man einfach viel weniger münzen bekommen die pflanze kannst du mit joshi in die wand glitschen das ist ziemlich geil das habe ich sogar schon mal gesehen das ist das auch ich sehe jetzt gehe ich freue mich vor nein kannst du hier bleiben nein nein die gar nicht so und da können wir abspringen und sagen da hochkommen nur 40 schlecht nur das zweitbeste alter du hast nur 6 im lotto geholt aber keine schweiß superzahl du opfer so ich geh jetzt in ein wasserlevel hier genau das könnte sogar eine steuerung sein bei der du nicht in alles rein rennst ha weil du nicht rennst sondern du schwimmst das ist jedenfalls angenehmer als tier aus smb 2 äh 3 meine ich sorry du hast es irgendwie mit dem verwechseln dieses spielst du hast es irgendwie mit dem münze danke ich bin eine münze von wert ich bin ein fünftes leben als ob wir auch noch im selben augenblick anfangen zusammen hier ist eine blume dran ich meine besser wäre es wenn wir im selben moment anfangen zu produkte aber das hatte ich vor weißt du was das geil ist und einem screen wird man niemals den game over screen sehen du wirst das ganze let's play über mehr leben haben als dich ja weil du nicht fütterst online scrolling level wie ich scrolling level liebe hier kann man schon durch vor allem als als ich das nachgespielt habe war ich voll gut in dem spiel und kaum nehme ich auf geht mein skill einfach komplett weg und ich bin mega kacke was 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 ist das denn will das noch mehr legen und kaputt gehen bei mir vom sound her ich habe aber auch gerade 43.000 inputs getätigt war nicht hier oder secret exit oder so wusste ich es doch ich bin klug und ich bin da oben verschwindet krass ich würde sagen das war's für diesen part ich hab ganz vergessen dass wir auch im nächsten part geht es nicht weiter bis dann und tschau tschüss